Willkommen bei Martins Bushcraft. Heute mit was ganz Besonderem. Heute ist für mich was ganz Besonderes. Vielleicht seht ihr das ja hier auch, ich habe Geburtstag. Es stehen ja auch ein paar Kerzen sozusagen drauf. Ja, mir macht das hier sehr viel Spaß, vor allen Dingen mit euch, wenn ihr meine Videos kommentiert, wenn ihr sie mögt, wenn ihr sie liked, wenn ihr sie schaut. Deswegen mache ich das Ganze. Schwierig, aber das kommt mit der Zeit und es werden ja auch immer mehr. Da freue ich mich ganz besonders. Weil ich ja so gern filme und euch die Videos auch zeige und dass ihr auch in Zukunft ein bisschen mehr von dem Ganzen habt, kommt jetzt eine neue Kamera, die noch ein bisschen mehr aus dem Ganzen rausholen soll, auch noch ein bisschen mehr Schärfe. Auch hier seht ihr es ja, vielleicht ist es noch ein bisschen hier ringsherum ein bisschen zu hell. Das wird, denke ich mal, die neue Kamera besser machen und das ist sozusagen auch mein kleines Geschenk an euch, dass die Videos ein bisschen professioneller werden und dass ihr mehr Spaß damit habt. Und auch vom Ton soll die Kamera auf jeden Fall besser werden. Wenn ihr noch irgendwelche Sachen habt, die ich verbessern könnte, dann schreibt sie unten in die Kommentare. Natürlich, über Glückwünsche würde ich mich auch sehr freuen. Es sind ja relativ viele, die auch immer regelmäßig wieder in die Kommentare schreiben. Manche von euch habe ich ja auch schon kennengelernt, auch schon beim Bushcraft-Treffen letztes Jahr. Das war eine super Sache. Viele Leute, die sich noch nie vorher gesehen haben, die nur miteinander, sag ich mal, über YouTube geschrieben haben oder die anderen Filme sich angeguckt haben. Und es hat wunderbar harmoniert. Das war echt ein schönes Erlebnis. Wenn wir es nochmal machen können, an Kai und an die anderen gerne nochmal. Zum Schluss wollte ich euch nochmal sagen, danke an alle, die die Filme gucken, die Abonnenten sind. Wenn du jetzt noch kein Abonnent bist, dann würde ich mich echt drüber freuen, wenn du den Kanal abonnierst, mich unterstützt oder auch mir zeigst, mit einem Daumen nach oben, dass dir meine Videos gefallen. Das ist ja genau das, warum ich das Ganze mache. Und ansonsten viel Spaß in den nächsten Jahren und mit den nächsten Videos. Raus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020